Wenn es um die Mundhygiene von Kindern geht, ist es entscheidend, von klein auf ein Bewusstsein F1 Viertel R die Bedeutung der Pflege der Z.A.N.E. zu schaffen. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern beibringen, wie sie ihre Z.A.N.E. richtig zu Hause pflegen kann. In diesem Video werden wir uns mit verschiedenen Techniken und Tipps befassen, um die Z.A.N.E. ihres Kindes zu Hause richtig zu pflegen. 1. Zahnputzroutine etablieren Es ist wichtig, eine feste Zahnputzroutine zu etablieren, damit Ihr Kind lernt, regelmaheig und G.A.A.N.Viertel endlich seine Z.A.N.E. zu putzen. Beginnen Sie damit, Ihrem Kind das Z.A.N.E. putzen morgens und abends beizubringen. Verwenden Sie eine weiche Zahnbar 1 Viertel RSTE und eine erbsengrohige Menge fluoridhaltige Zahnpasta. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie es seine Z.A.N.E. in kreisenden Bewegungen putzen soll, um alle Oberflatschen G.A.A. ein Viertel endlich zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind mindestens zwei Minuten lang putzt und auch die Zunge nicht vergisst. 2. Verwendung von Zahnseide und Mundspareinviertelung Zusatzlich zum Z.A.N.E. putzen ist es wichtig, dass Ihr Kind lernt, Zahnseide zu verwenden, um Essensreste und Plagg zwischen den Z.A.N.E. zu entfernen. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie man vorsichtig die Zahnseide zwischen die Z.A.N.E. F.A. ein Viertel HRT und sanft hin und her bewegt. Sie kann Ihnen auch eine fluoridhaltige Mundspareinviertelung verwenden, um die Z.A.N.E. zu stärken und den Mund zu reinigen. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihr Kind die Mundspareinviertelung nicht schluckt. 3. Gesunde Ernährung F.A.N.E. Eine gesunde Ernährung spielt auch eine wichtige Rolle bei der Pflege der Z.A.N.E. Ihres Kindes. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind ausgewogen ist und wenig zuckerhaltige Lebensmittel und Getrainke konsumiert. Zucker ist der Hauptverursacher von Caris, daher ist es wichtig, den Zuckerkonsum zu reduzieren und stattdessen auf gesunde Alternativen wie Obst, G.A. ein Viertel SE und Milchprodukte zu setzen. 4. Regelma-eige Zahnarztbesuche Neben der Pflege zu Hause ist es wichtig, dass Ihr Kind regelma-eig zum Zahnarzt geht. Zahnarztbesuche sind entscheidend, um die Gesundheit der Z.A.N.E. zu A. ein Viertel berwachen, fra ein Viertel zeitig Probleme zu erkennen und professionelle Reinigungen durch vor ein Viertel rennen zu lassen. Vereinbaren Sie regelma-eige Kontrolltermine und ermutigen Sie Ihr Kind, eine positive Einstellung zum Zahnarztbesuch zu entwickeln. 5. Vorbild sein Als Eltern sind Sie das wichtigste Vorbild F.A. ein Viertel eher Ihr Kind, wenn es um die Mundhygiene geht. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie wichtig es Ihnen ist, Ihre eigenen Z.A.N.E. gut zu pflegen und eine gesunde Ernährung zu haben. Putzen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Z.A.N.E. und machen Sie die Mundhygiene zu einem gemeinsamen Ritual, das B macht. Insgesamt ist es wichtig, dass Eltern die Bedeutung der Zahnpflege F.A. ein Viertel eher Ihre Kinder verstehen und Ihnen die richtigen Techniken beibringen. Mit einer konsequenten Zahnputzroutine, der Verwendung von Zahnseide und Mundspareinviertelung, einer gesunden Ernährung, regelma-eigen Zahnarztbesuchen und einem guten Vorbild kann Ihnen Eltern sicherstellen, dass die Z.A.N.E. ihrer Kinder gesund und stark bleiben. Sobald Kinder die Bedeutung der Zahnpflege verstehen und gute Gewohnheiten entwickeln, werden sie ein Leben lang von gesunden Z.A.N.E. und einem strahlenden Latschellen profitieren.